Herzlich Willkommen zurück bei Let's Play Minecraft und heute bei der 70. Folge ist es soweit, wir gehen auf unsere grosse Reise mit Musik und suchen uns einen Regenwald, wo wir uns neu ansiedeln werden und dazu brauchen wir ein paar Sachen und zwar, was nehmen wir denn so mit? Wolle, brauchen wir farbige Wolle im Regenwald? Ne, brauchen wir eine leere Kiste? Ja, wäre nicht schlecht, komm wir nehmen noch, wir nehmen mal zwei, also eine Kiste mit dir, so, dann, brauchen wir, ja komm die Workbench nehmen wir einfach mit, das Holz natürlich auch, dann haben wir sonst noch was, ja komm die Türen, nein sie sind scheiße, wir haben sie nicht stapeln kann eigentlich, das Holz bestimmt mitnehmen, ähm, äh, komm den Sand nehmen wir auch mal mit, für Glas, ja Glas haben wir hier, na komm Sand gibt's bestimmt im Regenwald, äh, dann, was nehmen wir noch mit, was haben wir denn hier noch, Erde, 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 äh, einen Block haben wir und das reicht, glaub ich, und diese Steinziegel, hmm, soll ich die, na komm ich lass die auch mal hier, dann, dann hier, äh, die Säpplinge, äh, die brauchen wir nicht zu mitnehmen, wenn wir hier schon die Pflastersteine haben, aber sonst keine Pflastersteine, doch hier haben wir noch Pflastersteine, äh, dann, das Eisen nehmen wir ganz bestimmt mit, das Gold, das Gold auch, den Diamanten, ja, den nehm ich auch mit, alles mal rein hier, ähm, ja, was brauchen wir sonst noch, die Enderperlen, wir holen ja mal in, das Ende, ich denke, den Rest lassen wir einfach mal hier, wir können den ja mal noch holen, wenn wir mal Bock haben, zurück vom Regenwald, äh, ja, und dann haben wir bestimmt unten noch ein paar Dinge, die wir mitnehmen, äh, die Diamantspitzhacke natürlich, dann, den Kompass, ne, den Kompass brauchen wir nicht, ne, nö, die Mua, die Eimer, die Fackeln, was soll man denn den Kompass mitnehmen, mhm, die Angelroute, mhm, sollen wir oder sollen wir nicht, na komm, wir wagen es ohne Kompass und ohne Uhr, ne, die Uhr nehmen wir doch mit, und dann, Feuerzeug, um den ganzen Wald abzubrennen, ne, natürlich nicht, aber die Eimer, ne, komm, wir haben noch genug Eisenbahnen dabei, das heißt, sind wir denn ready schon jetzt, oder, ne, wir nehmen natürlich noch was zu essen mit, die drei guten Äpfel hier, oh, die rohen Fische natürlich, nicht vergessen, dann, der Rest hat leider, leider keinen Platz, und, aber Essen ist schon wichtig, komm, wir lassen ein Schwert hier, also, wegen einem Schwert, was soll ich, so, den Rest lassen wir hier, und dann, komm, wir, dass, dass wir wenigstens ein bisschen Ordnung hier haben, räumen wir schnell das Zeug so weg, ja, wenn wir denn, oh, das ging aber schnell, wenn wir denn Platz hätten, meine Fresse, oder, komm, ja, sollen wir jetzt schon gehen, ja, komm, wir gehen jetzt einfach mal, einfach mal drauf los, ich hoffe, wir haben alles Wichtige dabei, für eine große Reise in den Regenwald, Kissen, damit wir dann nicht alles im Regenwald rumtragen müssen, und dann, let's go, und zwar, gehen wir, ja, gehen wir mal in diese Richtung, da waren wir fast noch nie, mal schauen, was sich dort hinten befindet, einfach mal ein bisschen in diese Richtung latschen, und latschen, und latschen, vielleicht kommt irgendwann einmal ein Regenwald, wer weiß, wir werden sehen, mit der schönen Musik von Zelda, schauen wir zurück auf unser Bauernhäuschen, wo wir mit Liebe gebastelt haben, nie richtig weit gekommen sind, doch jetzt im Regenwald wird sich so einiges ändern, wird bestimmt lustig, hoppla, ruckel, ruckel, ja, und jetzt wenden wir den Blick um, vergessen alles, was bisher war, und beginnen noch einmal von vorne, mit natürlich vollem Inventar, und Level 26, aber, das, kümmert ja niemand, denn, wir wollen ja nicht den Regenwald abholzen, und darum brauchen wir jetzt von Anfang an schon ein bisschen Holz, sonst kommen da die Grünen und Moseln rum, wenn wir da den Regenwald abholzen, und darum, lassen wir das mal, damit's hier keine fiesen Kommentare gibt, ey, wir holten den Regenwald ab, bitte noch, nein, das tue ich jetzt mal nicht, ich nehme ganz, von mir aus, einfach mal Holz mit, damit wir den Regenwald auch, äh, so stehen lassen können, wie wir ihn verlassen haben, so, da drüben hat's den Fichtenwald, wir gehen einfach mal hier die Wiese entlang, den Wiesen mach ich viel lieber, als irgendwelche Wälder, da drüben hat's noch Zuckerrohr, aber für Akkutassen gibt es keinen Platz, das Wiesen bestimmt auch in Regenwäldern geben, davon bin ich überzeugt, hallo Herr Doktor, Oh, wie schön, ein Dörfchen, haben wir auch noch nie gesehen, in unserem Let's Play, ach wie schön, guten Tag Herr Doktor, ja wie geht's denn Ihnen, Tag, aber sprechen können Sie immer noch nicht, ne, ja, schauen wir uns doch mal um, vielleicht, haben die uns was zu schenken, meine Fresse, wie will denn der da hochkommen, ei, ei, die können auch gerne, was hast du denn noch, haben die neuerdings irgendwelche Kleider an, naja, wir sehen uns jetzt mal um, in den Häusern, vielleicht hast du ja irgendwo, eine Kiste oder so, ich glaub zwar nicht dran, denn ich hab noch nie in einem Dorf eine Kiste gefunden, auch wenn ich sie auch haben sollte eigentlich, ist denn hier irgendwas Schlaues, ah, sieht auch nicht danach aus, dann, ja, sie händen noch ein Häusern, aber das ist ja, das ist so winzig, das Dörf, ei, die gehen hier ein und aus, ah, oh, das ist nur ein Garten, aber auch hier ist nichts, was wir verwerten, könnten, hm, schade, oder vielleicht ein Lagerhaus, ne, das ist auch nichts, oder den Brunnen, ich habe eine doofe Idee, aber nee, das mache ich jetzt nicht, ich glaube kaum, dass da unten etwas ist, also, dann war es das wohl mit diesem, mit diesem Dörfchen hier, das ist ja wirklich nicht viel, hä, das ist das kleinste Dorf, das ich jemals gesehen habe, jetzt ja nicht, aber ja, weiter geht's, durch den schönen Wald, mit der Hoffnung, auf einen Regenwald zu treffen, und nun spazieren wir dem Horizont entgegen und erhoffen und hoffen auf unser Glück, dass wir bald einen Regenwald zu Gesicht bekommen. Bekupung und erhoffen und erhoffen bis hin bis 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 bis